Guten Tag, meine lieben Kolleginnen. Heute ist der 17. November 2023. Es ist 10 Uhr vormittags. Wir kommen langsam in Richtung eines Wochenendes. Und was tut man da nicht Besseres, als über grundsätzliche Fragen zu diskutieren? Genau das darf ich jetzt tun, gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Felix Hanschmann. Für diejenigen, die hier fernsehen, denen werde ich die Webseite zeigen, auf der man ihn sehen kann. Das ist seine Professur und sein Lehrstuhl an der Bucerius Law School. Er ist Lehrstuhlinhaber des Dieter Hubertus Pavlik Stiftungslehrstuhls Kritik des Rechts, Grundlagen und Praxis des demokratischen Rechtsstaats an der Bucerius Law School. Der Grund, warum er hier ist, ist vor allem dieser hier. Er hat ein Interview gegeben anlässlich der Tagung der jungen Wissenschaft im öffentlichen Recht. Dieses Interview kann man im Netz auch lesen. Es ist überschrieben mit zehn Fragen an Professor Dr. Felix Hanschmann zu Habitus und Fremdheitsgefühlen in der Rechtswissenschaft. Und dieses Interview hat viele Leute sehr interessiert, unter anderem auch mich. Ich bin aber bei weitem nicht der Einzige, der auf dieses Interview reagiert hat. Ich darf auch darauf verweisen und werde es unten in den Shownotes hineintun, dass es auch schon einen Podcast zu diesem Interview mit einem Kollegen gibt, den viele hier auch kennen. Nico Herting hat dieses Interview auch interessant gefunden und hat darüber mit Hanschmann auch schon gesprochen. Es ist auch ein Interview, das man sich anhören kann und anhören soll. Herr Hanschmann, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich würde gerne eine biografische Petitesse am Anfang erzählen, nämlich die, dass ich heute so wie Sie offenbar auch zu Hause gearbeitet habe oder arbeite und oben herumgelaufen bin im Hoodie und mit irgendwelchen Schlapfen halt, wie man halt so zu Hause ist. Und dann, als ich mich vorbereitet habe, beschlossen habe, irgendwie mich umzuziehen und lange darüber nachgedacht habe, wie ich mich anziehen sollte. Und dann aber offensichtlich so halbrichtig angezogen habe. Ich trage immerhin keine Krawatte, aber ich trage ein Hemd und einen Sakko, weil ich mich eben irgendwie sozusagen in der Mitte bewegen wollte. Ich habe nicht gewusst, wie Sie da auftreten würden und in welchem Kontext Sie auftreten würden und habe also zwischen Krawatte einerseits und Anzug und Hoodie andererseits sozusagen den Mittelweg gefunden. Und über genau das schreiben Sie ja auch in diesem oder reden Sie ja in dem Artikel auch, nämlich wie man mit solchen ganz kleinen Dingen Botschaften aussendet und dass man als Jurist und als Juristin, also ich in dem Kontext jetzt gerade, regelmäßig versucht, irgendwie die Person möglichst nicht zu zeigen, sondern sich hinter irgendwelchen Etiketten, Fassaden, Objektivitätsbehauptungen zu verstecken. Und jetzt, wo wir einander da so gegenüberstehen, erinnert mich das natürlich sofort an das Scheitern dieses Versuchs, weil man, auch wenn ich das jetzt nicht thematisiert hätte, natürlich sehen würde, wie wir uns da gerade gegenüberstehen und natürlich niemals Objektivität produzierbar ist oder Neutralität und Objektivität produzierbar ist, indem man sich irgendwie in die Mitte stellt und sagt, ich versuche jetzt die Identität dahinter zu verbergen. Warum tun das Juristinnen ununterbrochen? Ich glaube, weil zum einen die Reproduktionsbedingungen in der Rechtswissenschaft so sind, wie sie sind. Also wir die Frage stellen müssen, aus welchen Milieus kommen denn diejenigen Leute, die sich für Jura entscheiden, die aber auch in dem Beruf bleiben. Und zum anderen, weil man natürlich auch dann, also nach der biografisch familiären Sozialisation, in der ein bestimmter Habitus ausgeprägt wird, zu dem sicherlich auch Kleidung gehört, als symbolische Kommunikation, aber auch als Distinktionsmerkmal, akademisch sozialisiert werden. Und die akademische Sozialisation ist meiner Ansicht nach auch abhängig von dem jeweiligen Studienfach und später dann natürlich auch von der Berufsgruppe, in der man sich bewegt. Und da zeichnen sich eben JuristInnen durch eine spezifische Sozialisation, akademische Sozialisation aus, die sozusagen nochmal auf die familiäre biografische Sozialisation draufkommt. Und wenn wir bei dem Thema Kleidung bleiben, dann gibt es ja immer nur so halb witzige oder halb nicht ernst gemeinte Beschreibungen von JuristInnen, wie die sich im Studium, aber dann später auch im Beruf kleiden. Und später im Beruf ist doch relativ dominant, wenn man jetzt mal auf Männer schaut, also zumindest ein klassischer Anzug und ein klassisches Herrenoberhemd. Die Krawatte scheint mir so ein bisschen im Niedergang zu sein, aber wenn man auf bestimmte Fachtagungen geht, jedenfalls im öffentlichen Recht, auch da muss man vielleicht nochmal intern differenzieren. Nein, die StrafrechtlerInnen sind auf Tagungen da vielleicht etwas lockerer, das weiß ich nicht. Aber wenn ich für meinen Bereich schaue im öffentlichen Recht, dann ist bei Männern doch der Anzug sehr dominant. Und diese beiden Sozialisationsvorgänge mit der Ausprägung eines bestimmten Habitus, die scheinen mir die Antwort auf ihre Frage zu sein. Also in den Interviews, so habe ich es zumindest gelesen, glaube ich, die These zu lesen, dass man versucht, sich irgendwie hinter diesem Anzug auch irgendwo zu verstecken. Also sozusagen die Identität, das ist der Teil, der mich jetzt hier, zum Habitus werden wir noch kommen, aber der Teil, der mich jetzt mal im ersten Teil des Gesprächs mehr interessiert, nämlich dieses Verschwinden der Subjektivität oder der Versuch des Verschwinden des subjektiven Elements durch den Umstand, dass dann halt alle gleich ausschauen. Sie sagen, so ein Foto sieht aus, das könnte auch irgendwie ein Bataillon sein, glaube ich, sagen Sie in dem Interview, wenn ich mich richtig erinnere. Also jeder interpretiert irgendwie das Recht gleich und tut damit irgendwie was Objektives. Und meine Beobachtung ist ja, dass, wie gesagt, über den Habitus rede ich gleich noch, aber dass jetzt schon mal in dem, wie wir Methoden unterrichten oder wie wir Methoden anwenden und wie wir von Studierenden wollen, dass sie Methoden anwenden, wenn wir jetzt uns im Mainstream bewegen, dass dann der Anspruch der ist eben, dass dieses Ich verschwindet, dass die Identität, die Biografie, die Subjektivität verschwindet hinter einer Anführungszeichen objektiven Wissenschaft, die dann halt irgendwo aussieht, wie im frühen 19. Jahrhundert irgendwann von Savigny Methoden erfunden hat. Und dass das sich dann vielleicht auch irgendwie im Habitus natürlich wiederfindet. Aber mich interessiert jetzt als erstes Mal vor allem, warum es eigentlich so ist, dass RechtswissenschaftlerInnen so tun, als wäre das, was sie tun, objektiv. Ich glaube, dass, also Objektivität, Neutralität, wir versuchen ja im Jurastudium, oder das Jurastudium ist dominiert sozusagen von einer anwendungsorientierten Ausbildung. Sie haben selbst schon gesagt, wir haben da so bestimmte, ich würde sagen, naive, methodische Vorstellungen, die sind vielleicht nicht mehr ganz an der Vorstellung eines Subsunktionsautomaten, aber doch methodisch immer noch relativ naiv, dass es da sozusagen so eine Figur gibt, die sich den Gesetzestext anschaut und sozusagen ohne eigene Einflüsse unter Zurückstellung der eigenen Persönlichkeit, eigener Meinung, politischer Positionen, das Recht objektiv neutral anwendet. Wir alle kennen vielleicht sinnbildlich sozusagen das Bild der Robe des Richters oder der Richterin, aber auch Staatsanwältinnen, hinter der das Subjekt verschwindet. Und ich würde Ihnen da vollkommen recht geben, dass der Anzug bei Männern eine Art Uniform ist. Der Anzug ist zugeknöpft, gerade wenn man sozusagen noch eine Krawatte hat. Er ist relativ einheitlich und das führt dazu in der Tat, das würde ich genauso sehen, dass man sozusagen in diesem Anzug als Subjekt eben mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seinen eigenen Meinungen, mit seinen eigenen Positionen verschwindet und dann eben nur ein Dienstleister des Rechts ist, der den Gesetzestext auf den Fall, der ihm vorgelegt wird, objektiv und neutral anwendet. Wir blenden in diesem Vorgang der Rechtsanwendung oder neigen dazu in diesem Vorgang der Rechtsanwendung, sowohl in der Selbstwahrnehmung, aber auch von der methodischen Vorstellung her oder von der sprachwissenschaftlichen Vorstellung her, gesellschaftliche Bedingungen, beispielsweise von Wissensgenerierung, von Rechtsanwendungsprozessen, von Gerichtsverfahren, die blenden wir aus und das tun wir eben dann auch über eben Kleidungsstücke wie die Robe, aber eben auch über Kleidungsstücke wie einen Anzug. Ich glaube andererseits auch, dass das sozusagen ein Bild ist von Juristinnen, die nicht nur innerhalb der Juristerei dominant ist, sondern auch außerhalb dieser Berufsgruppe. Wenn ich beispielsweise angefragt werde für ein Interview im Fernsehen und es geht um eine Frage, die mir politisch wichtig erscheint, dann überlege ich mir vorher, wie ich mich anziehe und ich entscheide mich in allen Fällen dazu, mich dann auch für den Anzug zu entscheiden. Warum mache ich das? Weil ich unterstelle, dass das Publikum, also juristische Laien und Laieninnen, eine bestimmte Erwartung an Juristen haben, ein bestimmtes Bild eines Juristen und natürlich, wenn dieses Bild erfüllt wird, der Inhalt dessen, was ich dann sage, anders, seriöser, autoritativer wahrgenommen wird, als das der Fall ist, wie wenn ich da sitzen würde und hätte den von Ihnen erwähnten Hudi an. Das führt vielleicht dazu, denke ich mir, dass diese methodische Naivität in den Rechtswissenschaften prolongiert wird, weil man ja dann aus dem Äußeren dieses Systems nicht wirklich reinsehen kann. Das ist ja, dann sieht man den Anzug und sozusagen die Autorität des Anzugsträgers im Fernsehen und im Inneren des Systems eine Kritik aber nicht stattfinden kann, weil sie nicht zu den Erfolgsbiografien führt, die man dann halt so hinlegen möchte. Also wenn man jetzt irgendwie mit marxistischer Methodenkritik anfängt, endet man selten beim Bundesverfassungsgericht und noch seltener vielleicht in einer führenden Position in einem Ministerium. Also damit versteinert ein System und vielleicht ist genau das ja auch geschehen. Vielleicht ergibt sich daraus dann dieser Methodenobjektivismus letztlich. Weil die Kritik, damit bin ich dann auch schon eigentlich bei unserer beiden Biografien, die Kritik führt dann immer in die Grundlagenwissenschaften, die damit gleichzeitig auch marginalisiert werden. Oder? Ja, und es ist ja nicht so, dass es jedenfalls in Deutschland, für Österreich weiß ich das nicht, aber dass es nicht in Deutschland Versuche gegeben hätte, dieses Verhältnis zwischen Dogmatik, anwendungsorientierter Ausbildung, die natürlich ihre Berechtigung hat und die wichtig ist, in einer anderen Weise und stärker zu verzahnen mit Grundlagenfragen, also das Recht stärker gesellschaftlich zu kontextualisieren, das auch vorsätzlich bewusst reflektiert in die Strukturen und die Inhalte der juristischen Ausbildung einfließen zu lassen. Ich erinnere an die Modelle einstufiger Juristinnen-Ausbildung. Hannover war so eins. Bremen, Hannover, ich glaube auch Hamburg, die dann aber abrupt von der Politik konkret unter Mitwirkung von Helmut Kohl beendet worden sind, obwohl die empirischen Untersuchungen zu den Vorteilen oder zu den Erfolgen dieser Art von Ausbildung durchaus positiv waren. Diese Diskussionen dauern an, ohne dass es da sozusagen bislang seit der Beendigung der einstufigen Juristenausbildung große Fortschritte gegeben hat. Mir scheint im Moment wieder so eine Phase zu sein, wo dieser fehlende oder nur sehr schwache Grundlagenbezug innerhalb der juristischen Ausbildung wieder an Fahrt aufgenommen hat. Da gibt es sicherlich verschiedene Gründe oder Ursachen dafür, aber konstatieren muss man wohl pessimistisch, dass sich da seit der einstufigen Juristenausbildung relativ wenig getan hat, was die Integration oder die stärkere Integration von Grundlagenfragen in die juristische Ausbildung angeht, getan hat. Und es hat sich aber dann auch sehr wenig darin getan, die eigenen methodischen Positionen reflektieren und kritisieren zu müssen und damit dann vielleicht aber auch den, ich sage jetzt dieses Wort, den Klassenbezug dieser Selbstrekrutierungsmechanismen, über die wir ja reden, zu kontextualisieren. Und wenn das so wäre, dann ist es natürlich sehr nett, wenn hier jetzt zwei über Diversity im Recht reden, aber es ist weitgehend irrelevant, weil nicht innerhalb des Systems. Also solange man den Subsumtionsautomaten als Anzugsträger, als Paradigma vor sich herträgt und die sozialwissenschaftliche oder sprachwissenschaftliche Kritik daran nicht zulässt und solange dann der Anzugträger im Fernsehen sitzt und die Autorität des Rechts ausprägt und ausdrückt, wird sich daran nicht so wahnsinnig viel ändern. Also müsste man, das ist jetzt die Frage an den Interviewten Hanschmann in diesem Interview, müsste man nicht eigentlich ganz vorne also beginnen und mit den methodischen Positionen des eigenen Fachs beginnen? Ja, ich würde sagen, nicht nur mit den methodischen Positionen des eigenen Faches, sondern auch mit der rechtsgebietsspezifischen Ausbildung. Vielleicht ein Beispiel, wir haben in den Prüfungsordnungen in Deutschland für das erste Staatsexamen immer noch das Baurecht in Flächenstaaten, auch das Kommunalrecht, das Staatshaftungsrecht, als die Bereiche des besonderen Verwaltungsrechts, die Prüfungsgegenstand sind. Nichts gegen Baurecht, nichts gegen Kommunalrecht, was aber nicht vorkommt. Und das ist aus mehreren Gründen aus meiner Sicht problematisch, sind beispielsweise Rechtsgebiete wie das Migrationsrecht oder das Sozialrecht. Das verwundert schon deshalb, weil die meisten derjenigen, die Sie und ich ausbilden an der juristischen Fakultät, später statistisch weniger als Anwältinnen im Baurecht arbeiten, schon gar nicht im Staatshaftungsrecht, sondern dass die größere Zahl der Ausgebildeten mit Migrationsrecht konfrontiert sein wird oder arbeitet in dem Bereich oder im Sozialrecht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man natürlich über die Wahl der Rechtsgebiete, die man zu Prüfungsgegenständen macht, auch andere Perspektiven auf das Recht in das Studium integriert, weil es im Migrationsrecht oder im Sozialrecht, anders als es beim Baurecht der Fall ist oder beim Staatshaftungsrecht, typischerweise um gesellschaftliche Ungleichheiten geht, weil es um marginalisierte Gruppen innerhalb der Bevölkerung geht. Wir könnten auch über Schulrecht sprechen, wenn man das sozialwissenschaftlich informiert, unterrichtet, und dann könnte man sozusagen andere Bilder von gesellschaftlichen Ungleichheiten im juristischen Studium reproduzieren, als wir das im Moment machen. Und warum ist das so? Dass wir das im Moment machen? Die Masterfrage, so früh in unserem Interview. Warum machen wir das nicht? Also in Deutschland sicherlich eine über, muss ich sagen, Jahrhunderte gehende, tradierte Entwicklung der juristischen Ausbildung, die ursprünglich orientiert war, an dem Bild, und das schlägt heute immer noch durch, sozusagen an der Vorstellung, wir bilden sozusagen den Volljuristen aus, und ja, mit der expliziten Aussage, die Befähigung zum RichterInnenamt. Wir haben eine starke Orientierung an der Ausbildung von Staatsdienerinnen in der deutschen Ausbildung. Wir haben sicherlich auch starke Beharrungskräfte innerhalb der Justizprüfungsämter, aber auch innerhalb der Politik, was sozusagen die Ausbildungsinhalte angeht, und aber auch die Ausbildungsformate, die Ausbildungsbedingungen, und dann gibt es natürlich sowas wie Pfadabhängigkeiten. Anderer Grund könnte sein, dass die Reformversuche in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, natürlich in einem bestimmten politisch-gesellschaftlichen Kontext entstanden sind, und es da relativ leicht fiel, damals, aber auch in der Retrospektive, das als ein politisch linkes Projekt zu brandmarken, dass sozusagen das Einbeziehen von sozialwissenschaftlichen oder auch, das kam ein bisschen später, sozusagen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen, sozusagen immer unter dem Verdacht steht, dass man da sozusagen ein politisches Projekt über die Juristenausbildung bespielen möchte. Das sind vielleicht nur, also sehr wenige von ganz vielen Gründen, warum das so reformresistent ist, das juristische Ausbildung. Ich möchte das Wort vom politischen Projekt aufnehmen und gerne die Frage stellen, ob nicht die junge Staatsrechtslehrertagung oder die kleine Staatsrechtslehrertagung auch ein politisches Projekt ist, dass sich dann halt, Sie schreiben das ja auch ein bisschen im Interview, als Milieu dagegen wehrt, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein. Deswegen fand ich es, wenn ich das sagen darf, ein wenig ironisch, dass Sie ausgerechnet bei der kleinen Staatsrechtslehrertagung ein solches Interview gegeben haben, wo man dann wahrscheinlich genickt hat, aber im Übrigen im Anzug zum Cocktail gegangen sein wird, um dann dort den Kollegen, der in 20 Jahren den Ruf bekommen haben wird, den man selbst dann nicht bekommt, aber dafür an der Nachbarfakultät, um dann den Kollegen dort kennengelernt zu haben. Ja, das ist sicherlich eine wichtige Funktion solcher Veranstaltungen, solcher Nachwuchsgruppentreffen, diese habituelle Strukturen verfestigen sich in Netzwerken, in sozialen Beziehungen, sie verfestigen sich auf eben solchen Fachtagungen, aber auch in Betreuungs- oder Angestelltenverhältnissen, wenn man sozusagen auf diese frühe Assistententagungen, heute junge Tage und öffentliches Recht zurückblickt und guckt sich an, wer hat da sozusagen vorgetragen und was ist aus den Leuten geworden, dann wird man nicht bestreiten können, dass das zumindest auch eine der wesentlichen Funktionen solcher Treffen ist. Und es ist ja auch nur so halb im Spaß gesagt, ich glaube, sie haben das eben während die kleine Staatsrechtslehrertagung. Ich muss aber andererseits sagen, und das fand ich eines der beeindruckendsten Erfahrungen, die ich da nach der Rede, die ich gehalten habe, gemacht habe, wie viele, die dort waren, dann doch ein Interesse hatten an dem, über was ich dort gesprochen habe, wie viele von denen dann auch kamen und sozusagen aus dieser Individualisierung herausgetreten sind, also bisher als sozusagen individuelle Erfahrung zugeschriebene, nehmen wir eine gewisse Unsicherheit im akademischen Milieu hinsichtlich Auftreten, fehlendes Zutrauen, ob man das kann, ob man das schafft, ob man eine Doktorarbeit schreiben kann, ob man sich dort zu Hause sieht, ob man sich da wohlfühlt, wo sozusagen in den Gesprächen danach klar wurde, dass es doch sehr, sehr viele der Teilnehmerinnen gab, die diese vordergründig individuellen Erfahrungen sozusagen dann geäußert haben und man in den Gesprächen festgestellt hat, naja, da gibt es schon mittlerweile einen größeren Block, der diese Erfahrungen teilt und der deshalb auch offener und interessierter ist an diesen Fragen und wenn ich sozusagen im Moment die, also meinen Bereich öffentliches Recht, aber auch Grundlagen des Rechts beobachte, dann stelle ich doch fest, dass es im Hinblick auf so eine Offenheit für sozialwissenschaftliche Erkenntnisse in der Rechtswissenschaft, für Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, für Diskriminierungserfahrungen, für die Aufnahme, was macht das Recht eigentlich mit gesellschaftlich marginalisierten Gruppen, eine Offenheit gegenüber relativ neuen theoretischen, rechtstheoretischen Angeboten, dass die relativ groß ist und das fand ich dann doch beeindruckend. Ich meine, es ist keine Frage, wir haben sozusagen in der deutschen Rechtswissenschaft und das wird in Österreich nicht anders sein, jedenfalls im wissenschaftlichen Betrieb gemessen an fast jedem Diversitätskriterium, ob das Geschlecht ist, ob das Behinderung ist, ob das Migrationshintergrund ist, ob das sozioökonomisches Milieu ist, familiäre Strukturen, haben wir massive Probleme und je höher wir gehen innerhalb unseres Systems, was die Positionen angeht, desto größer wird das Problem. Man kann das wunderbar zeigen an den empirischen Zahlen zur Benachteiligung von Frauen im akademischen Milieu, was die Rechtswissenschaft angeht. Ich glaube, wir haben im Moment bundesweit 55 Prozent Studentinnen, die das Jurastudium beginnen und auch beenden mit 1. und 2. Staatsexamen und wir haben einen Professorinnenanteil von 17 Prozent circa. Ich glaube, wenn man die Juniorprofessorinnen reinrechnet, sind es 17. Wenn man sie rausrechnet, ist es noch ein bisschen schlechter. Und wenn wir auf andere Diversitätskriterien gucken, wie eben Herkunft, Migrationshintergrund, sozioökonomisches Milieu, wo kommen die Leute her, die später promovieren oder die sogar habilitieren und Professorinnen werden, da sieht es wesentlich düsterer aus. Ich würde auch sagen, dass das vielleicht ein Unterschied ist zwischen der jungen StaatsrechtslehrerInnentagung, wo man dann noch vielleicht ein bisschen unsicherer ist und den alten StaatsrechtslehrerInnen, wo man dann diese Unsicherheit beiseitelegen kann, weil man ohnehin schon unter sich ist, nicht? Und dabei dann vielleicht vergisst, dass man schon bei den jungen StaatsrechtslehrerInnen die entsprechenden Netzwerke gelegt hat. Denn es ist schon eine Eigenschaft, die ich jetzt nach einiger Erfahrung mit dem deutschen System als Nichtdeutscher mit Ihnen teilen möchte, schon eine Eigenschaft des deutschen Systems, dass es außerordentlich homogen ist. Also ich war in Hannover 17 Jahre lang und war 17 Jahre lang der einzige Nichtdeutsche an einer Fakultät. Ich weiß nicht, wie viele Nichtdeutsche oder Nichtdeutschsprachige an der Bucerius so in volle Professuren gekommen sind. Und das gilt wahrscheinlich für alle anderen oder jedenfalls die meisten der Hochschulen, die ich irgendwie gesehen habe, auch. Es sind weiße, muttersprachlich deutsche, sozial privilegierte Männer, die am Ende in diesem System in die Ordinariate kommen. Und das beginnt, würde ich behaupten, bei den jungen Staatsrechtslehrerinnen-Tagungen so offen man da dann auch noch für irgendwelche Kriterien aus den Nachbarwissenschaften sein mag und so sehr man an einem Imposter-Syndrom leiden mag und man verschwindet dann entweder oder man entledigt sich dieser Bedenken, würde ich behaupten. Ja, also da würde ich zwei Sachen zu anmerken. Eine ganz persönlich biografisch und wenn Sie sagen, das verschwindet dann sozusagen auch bei den StaatsrechtslehrerInnen oder auf der Staatsrechtslehrer-Tagung, für mich kann ich sagen, dass ich bis heute, und ich bin jetzt 50 Jahre alt, auf einer solchen Veranstaltung, das nimmt ab, klar, das ist, glaube ich, auch der Position geschuldet, das ist einer höheren Selbstsicherheit geschuldet, die man sozusagen über die Jahre dann doch erworben hat, aber ich fühle mich heute noch häufig unsicher, unwohl, ich überlege mir heute noch, ob ich mich richtig verhalten habe, ob ich vielleicht zu witzig war, ob ich was Unpassendes gesagt habe, also es ist immer noch so, dass ich da hingehe und mich nicht so sicher und so wohl fühle, wie wenn ich sozusagen mich in dem Milieu bewege, aus dem ich komme. Also ganz verschwindet das nicht, ich glaube, solche Sozialisationen und das Milieu macht es einem, das würde ich auch sagen, nicht einfach. Entschuldige, wenn ich dazwischenfahren darf. Das stimmt natürlich, das wollte ich auch so nicht sagen, aber Sie sind sozusagen die Ausnahme von der Regel, nicht? Sie sind dann das zugelassene, irgendwie das jötische Element. Der Rest bewegt sich in seinem kleinen oder großbürgerlichen Milieu, wo man halt weiß, welchen Wein man nimmt, wie Sie beschreiben, oder wo man vorgestern in der Oper war und darüber leicht parlieren kann, weil er alle anderen, mit Ausnahme Hanschmann und vielleicht noch ein paar anderen. Und noch ein paar anderen, also einer Marginalie, einem Zahnehäubchen, eben rausgefallen sind oder sich so verändert haben, dass sie sich irgendwie daran gewöhnt haben. Das Letztere bezieht auf die jodischen Positionen. Also man ist sehr gerne in der Jugend interessiert an Sprachwissenschaften. Es interessiert mit 50 im Ordinarjahr dann mit unterwenigern. Ja, man müsste so, glaube ich, da sozusagen bei der Staatsräfte oder vor allem auch die Frauen fragen. Also oder deren Entwicklung, deren Erfahrungen sozusagen dort anzukommen oder deren Gefühle. Das stimmt. Das Zweite, was ich sagen wollte, Sie haben gesagt, also ich will gar nicht sozusagen Ihre österreichische Herkunft irgendwie angehen oder negieren. Aber ich würde doch noch mal sagen, es ist natürlich eine andere Frage aus der soziologischen Perspektive und aus der Perspektive von Bildungsgerechtigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten, ob Sie sozusagen eine österreichische Herkunft haben oder ob Sie eine türkische oder eine syrische Herkunft haben. Also sozusagen der kurde Ausländer, den man sich geleistet hat, war der bestmögliche, den man finden konnte. Ja, aber trotzdem noch. Ein individueller Hintergrund, Mann, bildungsbürgerlicher Herkunft. Ja, ja, okay. Also das ist der Punkt. Das war nicht die türkische, irgendwo Flüchtlingserfahrung habende Nicht-Muttersprachlerin und die gibt es halt auch nicht so wahnsinnig oft. Nee, die kann man, glaube ich, also ich habe jetzt noch nie wirklich sozusagen ernsthaft gezählt, aber ich glaube, so in meiner Vorstellung, wir können das sozusagen an einer Hand in Deutschland abzählen, was Professuren angeht. Und dann muss man natürlich auch noch mal, also wenn wir da über Migrationshintergrund sprechen, muss man da ja auch noch mal genauer differenzieren, was das ist. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, sehr nette und sehr gute, die einen iranischen Hintergrund haben. Das sind typischerweise aber die Kinder von eher einem intellektuellen Milieu, was aus dem Iran flüchten musste während der Revolution. Also man muss dann schon noch mal aus einer soziologischen Perspektive muss man da sehr genau differenzieren. Wir hatten jetzt die interessante Entscheidung des Supreme Courts in den USA über Affirmative Action Maßnahmen, wo das erste Mal seit 1978, als sozusagen der Supreme Court anders entschieden hat und dann in ständiger Rechtsprechung. Jetzt hat man das, ich würde nicht sagen aufgehoben, aber zumindest die Tür aufgemacht für Veränderungen, indem man sagt, die Hautfarbe alleine ist sozusagen kein zulässiges Kriterium mehr. Interessanterweise war einer der Kläger beim Supreme Court ein asiatischer Herkunft, der sich in Harvard beworben hat, dann dort aber nicht genommen worden ist. Das zeigt ganz gut, also nicht die Tatsache, dass sie nicht genommen worden ist, aber das deutsche Bildungssystem zumindest und auch die deutsche Rechtswissenschaft hat sicherlich nicht so viele Probleme mit chinesischen oder japanischstämmigen jungen Rechtswissenschaftlerinnen. Das sind andere Herkunftsländer. Ja, und man kann das Thema natürlich jetzt nicht über die Migrationsthematik hinaus noch in andere Minority-Richtungen auch noch spielen. Also Herr Herting zum Beispiel hat auf LinkedIn unter anderem darauf hingewiesen, dass die sexuelle Identität auch ziemlich mainstreamig organisiert ist und auch da offenbar ja, geschriebene oder ungeschriebene, meistens ungeschriebene Normen gelten, die sich erfolgreich reproduzieren und man könnte noch ein paar andere Gesichtspunkte, wo man sich halt als Angehöriger oder Angehöriger einer Minderheit fühlen kann, sicher auch noch hier ins Treffen führen. Und deswegen, darauf darf ich nochmal zurückkommen, fand ich es ja eben so ironisch, dass ausgerechnet an diesem Ort dieses Interview geführt wurde, weil wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Sagen wir mal so. Solange an der jungen Staatssekretärer Tagung das, also ohne, dass ich dort je war, aber wenn sie so ist, wie ich mir das vorstelle, nämlich deutschsprachig zum Beispiel mal, dann wird allein schon dadurch der Einfluss von nicht deutschsprachigen Gedankenströmen in die deutsche Rechtswissenschaft im Jahr 2070 gering sein. Nicht? Nur so ein Detail zu nennen. Solange dort keine Menschen aus Indien eingeladen werden oder aus China oder aus wo immer, immer, und dann dort irgendwas erzählen über irgendein öffentlich-rechtliches Thema, wird sich die deutsche Perspektive auf öffentlich-rechtliche Themen akademisch auch 2070 nicht wahnsinnig verändert haben. Ja, ich bin nicht ganz so pessimistisch, aber vielleicht bin ich zu optimistisch. Ich vernehme im Moment, ich habe das schon gesagt, doch eine größere Offenheit gegenüber sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen, gegenüber Theorieangeboten, in deren Zentrum Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen, Diskriminierungen stehen, wenn wir an feministische Rechtstheorien denken, wenn wir an postkoloniale oder Critical Race Theorien denken. Vermutlich, also man bewegt sich immer in seiner eigenen Bubble, deshalb ist das möglicherweise eine Täuschung, aber wenn ich zurückgehe auf mein Studium, dann würde ich schon sagen, ist da eine größere Offenheit da. Ich glaube auch, dass sozusagen der Druck höher geworden ist, jetzt gar nicht so sehr das inhaltlich ins Jurastudium zu implementieren, aber der Druck, dass sich was an der Zusammensetzung der doch sehr homogenen Gruppe der Juristin, egal in welchen Bereichen, das ist sicherlich unterschiedlich, aber doch insgesamt relativ homogen, dass sich da etwas verändern muss. Und dieser Druck kommt aus verschiedenen Ecken und ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass die deutsche Gesellschaft keine homogene Gesellschaft mehr ist. Also ich habe in Hamburg gesagt, man muss sich nicht wundern, dass sozusagen andere da jetzt mitspielen wollen und zu Recht mitspielen wollen. Wobei das mit dem Mitspielen wollen und Mitspielen können, um zurückzukommen vielleicht zu den Studierenden, halt nur so enden wollend gut gelingt bisher. Nicht denn eine der ganz frappierenden Befunde, finde ich, in dieser Studie, auf die wir uns beide beziehen. Sie im Interview, ich in einem Gespräch mit der Frau Mangold, diese Studie von Mangold und anderen über die, unter anderem Fragen der rechtswissenschaftlichen Ausbildung hat ja unter anderem ergeben, dass es offenbar überdurchschnittlich viele immigrantisch sozialisierte Anfängerinnen und Anfänger unter den Jurastudierenden gibt. Also viele von denen wollen JuristInnen werden und dann gibt es überdurchschnittlich viele von denen, die daran scheitern. Und das ist jetzt nicht seit heute so, sondern das ist offensichtlich strukturell seit Jahren oder Jahrzehnten so. Mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass sich die Grundregeln des Jurastudiums in Deutschland vor dem Hintergrund dieses Befundes irgendwie verändert hätten in den Jahren, in denen ich das bisher beobachte, obwohl dieses System offensichtlich dazu führt, dass es Diversität reduziert statt erhöht. Also ich weiß nicht, ob das pessimistisch ist, das ist jetzt einfach eine Frage sozusagen. Das ist erstmal eine Beobachtung und der würde ich zustimmen. Also das ist eine Beobachtung, der stimme ich zu. Ich würde mich auch nicht sozusagen trauen, den fünf Kolleginnen waren es, glaube ich, die die Studie gemacht haben. Aber die Frage ist, wie lange reden wir und also Diversität sozusagen, ich glaube, das ist nicht der einzige Punkt, aber den man angehen muss, wenn man diese Ungleichheiten angehen möchte. Aber wie lange reden wir sozusagen im wissenschaftlichen System über Diversität? Das ist ja eine relativ neue Entwicklung. Forschung dazu ist relativ jung. Das sieht man an der Studie, aber auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Das ist sowohl politisch, wissenschaftspolitisch, aber auch wissenschaftlich in der Forschung ein relativ neues Thema. Und man kann schon beobachten, im Moment, ich spreche jetzt für meine Hochschule, aber ich beobachte sozusagen auch andere Einrichtungen innerhalb des Wissenschaftssystems, dass man da anfängt, vorsätzlich anfängt, ein überlegtes, reflektiertes Diversitätsmanagement in wissenschaftlichen Einrichtungen vorzunehmen. Mit einer Vielzahl an Instrumenten, mit einer breiten Palette an Möglichkeiten, die beispielsweise Hochschulen haben, um da etwas zu verändern. Was zumindest der erste Schritt ist, und da sind wir, glaube ich, mittendrin, ist eine Ursachenforschung, soziale Ungleichheit zu Exklusionsmechanismen in unseren Institutionen zu Diskriminierungen im Wissenschaftssystem. Was ich auch sagen würde, was schon stattfindet, ist dadurch sozusagen eine Reflexion, ein Problembewusstsein, eine bewusste Auseinandersetzung, dass es da überhaupt ein Problem gibt und wie man darauf reagieren kann. Also Selbsterkenntnis, Aufklärungsprozesse und daran anschließend sozusagen in der Phase befinden wir uns, glaube ich, gerade die Entwicklung von Instrumenten, anspruchsvollen Instrumenten, mit denen man Veränderungen herbeiführen kann. Interessanterweise diese Supreme Court Entscheidung, von der ich gesprochen habe, die ist nicht so negativ aufgenommen worden, jedenfalls nicht in den USA, wie man das vermuten könnte, weil viele, und die würde ich jetzt eher im linksliberalen Milieu verorten, BeobachterInnen, gesagt haben, das kann eine Chance sein, weil es dazu animiert, stärker auf die sozioökonomischen Herkunftsbedingungen zu schauen und anspruchsvollere Modelle der Diversitätssteigerung an US-amerikanischen Universitäten zu entwickeln. Und dem würde ich beipflichten. Und auch bei uns sind wir, glaube ich, genau in der Phase, dass wir uns überlegen, sozusagen, nach der Sensibilisierung, nach dem Problembewusstsein, was können wir innerhalb unserer Einrichtung oder im Wissenschaftssystem insgesamt verändern, um eine bessere Diversität zu haben? Es kommt in Deutschland wahrscheinlich noch erschwerend hinzu, dass ja die entscheidenden Prüfungen gar nicht von den Fakultäten verantwortet werden, sondern von staatlichen Prüfungsämtern. Und da also noch ein weiterer Player dann im Spiel ist, nicht, aber ich würde gern das, was Sie vorher in Bezug auf das Baurecht versus das Migrationsrecht aufgeworfen haben, noch einmal in Bezug auf die Prüfung wiederholen. Nicht, wenn man sich die Deutschen und so ganz anders ist das ja an vielen anderen Orten dann auch nicht, aber jetzt mal die Deutschen Prüfungsgestaltungen ansieht, dann ist das ja sowohl beim ersten wie beim zweiten Staatsexamen im Grunde genommen eine ganz, ganz selektiv vereinzelte Spezialsituation, die man so im juristischen Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit nie erfahren wird, nämlich, oder eigentlich, ich kenne gar keinen Beruf, der wirklich so arbeitet, nämlich, dass man einen vereinfachten Fall erzählt bekommt, als wäre er so geschehen, also ein objektiver Beobachter, der erzählt, wie die Welt aussieht und man dann in einer sehr kurzen Zeit den subsummierend bewältigen muss, diesen einfachen Fall, wo die Prüfer, meistens männlich, meistens weiß und so weiter, dann irgendwie so rätselrallyartig irgendwelche Ja-Nein-Entscheidungen eingebaut haben, wo man dann repetitiv angeblich dogmatisches Wissen, das in Wirklichkeit ja eigentlich nur Erzählung von anderer Menschen Dogmatik ist, reproduzieren kann und das hat, also erstens hat es mit, so gut wie nie mit einem juristischen Beruf zu tun und zweitens führt es dazu, dass man natürlich bestimmte, bestimmte Qualifikationen belohnt, nämlich zum Beispiel die solche Rätselrallys bearbeiten zu können und bestimmte andere, wie zum Beispiel in einem Team arbeiten zu können oder gut recherchieren zu können oder die sozialen Hintergründe zu verstehen oder einfach nur empathisch zu sein, ja, die man als Jurist oder Juristin auch braucht, in gar keiner Weise abzuprüfen und dann das gleichzeitig als Sicherung des hohen Qualitätsstandards der deutschen Ausbildung zu verkaufen, was ja natürlich auch nur funktioniert, solange sich dieses System so reproduziert, wie es sich reproduziert. Und ich sehe jetzt nicht ganz, wie Ihre optimistische Sichtweise in diesem Spiel oder wann die zu wirken beginnen soll und wie sie zu wirken beginnen wird. da gebe ich Ihnen recht, deshalb würde ich sagen, also darüber, über das ich eben gesprochen habe, sozusagen, dass die wissenschaftlichen Einrichtungen, die Hochschulen, ein Diversitätsmanagement betreiben müssen, das geht nur einher mit einer Reform des Jurastudiums. Sie haben vollkommen recht, also ich kenne auch kein anderes Studium, in dem die Studierenden vier oder fünf Jahre Leistungen erbringen, die aber nach diesen vier oder fünf Jahren eigentlich in keiner Weise eine Rolle spielen, weil man innerhalb von zwei Wochen sechs oder acht Klausuren schreiben muss. Ich kenne auch kein anderes Studium und auch das ist wissenschaftlich mittlerweile belegt, in dem die Rate von psychischen und physischen Erkrankungen so hoch ist, wie im Jurastudium. Das ist sicherlich einer der Knackpunkte und wir haben vorhin über die Beharrungskräfte, was diese Studien- und Prüfungsbedingungen angeht, gesprochen. Und ja, da sind sozusagen andere Akteure mit im Spiel. Da können die Hochschulen nur sehr begrenzt, so ein bisschen im Schwerpunktbereich, der jetzt schon wieder sozusagen von einzelnen Bundesländern zurückgeschraubt werden soll, insofern als die Note sozusagen nicht mehr im Staatsexamenszeugnis ausgewiesen werden soll, aus dem Schwerpunkt, weil man vermutet, dass die tendenziell zu hoch sind, dass da sozusagen angesetzt werden, muss, dass man alternative Studienbedingungen schaffen muss, dass man die Inhalte verändern muss, dass man die Hierarchie und die Konkurrenz rausnehmen muss, dass man dieses absurde Prüfsystem, aber auch das relativ absurde Notensystem in Deutschland verändern muss, dass man den Fächerkanon verändern muss, dass man aber auch andere Formate der Ausbildung stärker ins Studium integrieren muss, also beispielsweise in Gestalt von Arbeiten von sogenannten Law Clinics, also praktische Auseinandersetzungen mit Fällen, mit Personen, mit Emotionen, mit Sozialem zusammen, mit Mitarbeit, mit anderen, die nicht nur aus der juristischen Profession kommen, statt diese konstruierten, erfundenen Fälle, Sachverhalte, die manchmal was mit der Realität zu tun haben, aber so wie sie zugeschnitten sind und so wie sie abgeprüft werden, so wie die Leute sozusagen ihre Leistung dort erbringen müssen, mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun haben. Mich würde, das ist jetzt eine Frage an Sie als Rechtssoziologe, mich würde interessieren, wie man damit umgehen kann und wie man dazu gekommen ist, dann diese selektive Ausbildung als ein Garant, oder diese Art des Prüfen, so muss ich präziser sagen, als Garant für das hohe Ausbildungsniveau der deutschen Rechtswissenschaft herzunehmen. Ich würde behaupten, damit komme ich zum Interview, dass das nichts anderes ist, als ein Habitus, den man eingenommen hat, der natürlich, so wie jeder andere auch, halt über Jahre oder Jahrzehnte gelehrt wurde. Sie beziehen sich ja auch auf Bourdieu und lehnen dann die Terminologie von Bourdieu ab. Ich würde mich da an der Stelle vielleicht mehr dann auf Wittgenstein beziehen, der hat nämlich ein noch stärkeres Wort verwendet, bei dem war das das Wort der Abrichtung, um das es geht, als Bourdieu. Und also im Grunde ist ja auch das, diese Abrichtung, in dem wir muten euch das zu, weil wir nur so das hohe Niveau der deutschen Wissenschaft und der deutschen juristischen Ausbildung oder der österreichischen, ich will da jetzt, das ist jetzt kein Germany-Bashing, das ich da gerade betreibe, also der Rechtswissenschaft garantieren, nichts anderes als eine Abrichtung und die Erringung eines Habitus in dem System, das dann, wenn es fertig ist, nicht mehr davon angefeindet wird, dass es soziologisch herausgefordert wird. Also abgelehnt habe ich zu sagen, ich bin ganz fein sozusagen mit nahezu allen Begriffen, die Bourdieu geprägt hat, die Erbitus oder auch das Kapital, der Begriff, auf den Sie angespielt haben, zu Recht, sei es Wittgenstein, noch etwas schärfer, war, dass sozusagen auf die Frage, wie man sozusagen habituelle Verhaltensweisen, in diesen Eigenheiten verändern kann. Pierre Bourdieu gesagt hat, es ist ein wahrer Akt der Gegentresur, den man da vollbringen muss. Ein Begriff, der sozusagen wunderbar auf das passt, was sie gerade beschrieben hat, von Bourdieu, wäre eine Illusio in einem bestimmten Feld und ich würde Ihnen dabei pflichten, dass eine der wesentlichen Illusio in unserem Feld ist, dass wir glauben, dass diese Art der Ausbildung und diese Art der Prüfung ein wie immer ja gar nicht sozusagen gemessenes Niveau der Ausbildung von Juristinnen vorgaukelt. Ich würde vielleicht noch ergänzen und das scheint mir auch ein wichtiger Moment sozusagen bei der Beharrung auf diese Form der Ausbildung und Prüfung zu sein, das hat für mich immer so etwas wie so ein Initiationsritus oder eine Passage und dass diejenigen, die sozusagen da durchgegangen sind, retrospektiv die Haltung entwickeln. Das müssten sozusagen die Nachkommenden auch, weil sozusagen allein dieses Durchgehen, das hat ja auch sehr viel mit Härte zu tun, weil es viel mit Druck zu tun hat, mit viel Aufopferung, mit viel Ausblenden von anderen Interessen, die man hat, weil es eine hohe zeitliche und auch sonstige Fokussierung auf diese Prüfung erfordert, dass das so ein Stahlbad ist, dass dann sozusagen auch die Nachkömmlinge absolvieren müssen oder wo sie durchgehen müssen. Das sozusagen als Ausweis einer ja nie auch international mal in den Vergleich gestellten Qualität deutscher Juristinnen in Ausbildung zu stellen, halte ich nicht nur wissenschaftlich für nachgerade absurd. Ja, da kann man sicher noch was machen dann. Herr Hansmann, ich würde gern langsam in Richtung Ende kommend eine Frage noch stellen, die natürlich offensichtlich ist. Wir reden ständig über das Interview, auch mit Herting haben Sie über das Interview geredet. Wir reden nicht über den Vortrag, den Sie eigentlich gehalten haben. Wird er erscheinen? Wo wird er erscheinen? Und wird er so erscheinen, wie Sie ihn gehalten haben? Das ist eine gute Frage, die ganz viel sozusagen, das ist so ein bisschen die Frage, wie wenn man Doktorandinnen fragt, wie ist es denn mit der Diss? Sind Sie schon fertig? Nein, nein, aber es ist gut zu sagen. Es hängt bei mir nicht mehr so viel von der Veröffentlichung dieses Vortrags ab, vielleicht wie bei den Doktorandinnen von der Diss und der Druck ist sicherlich deutlich geringer. Ja, ich habe das vor. Sie wissen auch, wie das ist. Man hat irgendwie tausend Sachen, Lehrveranstaltungen. Aber mich würde interessieren, ob Sie ihn so veröffentlicht werden. Das interessiert mich viel mehr. Ob Sie ihn so veröffentlicht werden, wie Sie ihn gehalten haben oder ob Sie ihn im Hinblick auf das, was Sie vermutlich nicht erwartet haben, nämlich, dass das so Wellen schlägt, dass sogar, also das ist viel mehr, was da geschehen ist, vielleicht aufgrund des Interviews, als so üblich ist, wenn man irgendwo einen Vortrag hält. Also ob Sie aufgrund dessen da denn einen Grund sehen, einen Anlass sehen, das anders zu veröffentlichen. Genau, das ist die Frage, die ich mir seit diesem Vortrag, seit dem Tag dieses Vortrags stelle. Ich habe sozusagen diesen Rotext gehabt und dachte zuerst, ach, ich bin Mitherausgeber der kritischen Justiz und wir haben immer so eine Repliksklosse, dass man das einfach so eins zu eins dort abdruckt. Dann kam in den Gesprächen danach noch ganz viel dazu, die Reaktionen, die darauf dann kamen und dann bin ich langsam so hingegangen, eigentlich müsste man das grundsätzlicher machen und wenn man es grundsätzlicher macht, dann habe ich sozusagen wieder angefangen, mehr zu lesen über Diversität, über Bourdieu, über Habitus und dachte, naja, vielleicht doch eher einen wissenschaftlichen Aufsatz und ehrlich gesagt, in dieser Schwebe hängt das immer noch. Vielleicht geht auch beides. Gut, also ich würde Ihnen gerne das Feedback mitgeben, als jemand, der nicht Mitglied der jungen StaatsrechtslehrerInnen ist und also nur das Interview kennt, ich würde den Text sehr, sehr gerne lesen und ich bin vermutlich nicht alleine in dem. Also es gibt ein Publikum, das darauf interessiert, warten wir dann. Dann nehme ich das mal als Ansporn für das nächste Heft der kritischen Justiz als Klosse. Wobei das mit der kritischen Justiz jetzt auch noch ein eigenes Thema wäre, weil die Geschichte dieser Zeit ist gleich nicht zurückführer an den Anfang dieses Gesprächs. Ja, das stimmt wohl, ja. Ganz zurückführt ist auf Fritz Bauer und das ist auch eine Person, die vielleicht mehr Beachtung in der Ausbildung deutscher, aber auch österreichischer Juristinnen finden. Das ist wohl wahr. Also damit kann man ja jetzt zu machen hier. Lesen Sie Bauer und lesen Sie, wenn Sie es nicht schon getan haben, unbedingt dieses Interview. Ich zeige es hier noch einmal. Das hier ist das, was man also bisher von diesem Vorgang bei der jungen Wissenschaft im öffentlichen Recht kennt. Das ist auch publiziert und ich habe darauf verlinkt. Das wäre ja ein guter erster Einstieg. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, lieber Herr Hanschmann, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir fertig geworden sind mit all dem, was uns hoffentlich beide interessiert und nicht nur mich. Ich würde mich freuen darüber. Und Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich ganz herzlich dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so lange wie möglich, so gesund wie möglich bleiben oder es so schnell wie möglich wieder werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.